TSV 1885 Friedberg-Vauerbach, bitte mal ein Vertreter, schnell auf die Bühne sprinten. Ihr habt ja auch Sprint als Begriff. Herzlich willkommen. Erzähl mal was über den TSV Friedberg-Vauerbach. Ja, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin der Lars, ich bin im Vorstand des TSV Friedberg-Vauerbach. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie toll wir sind. Das will natürlich jeder. Wir sind alle hier, um ehrenamtliche Helfer oder Mitgliederhelfer zu finden. Wir sind im Sportbereich tätig, Leichtathletik, ihr habt es gehört. Weltmeister haben wir auch in den eigenen Reihen, also sind international unterwegs. Aber auch im Gesundheitssport, Reha-Sport und im Breitensport sind wir unterwegs. Wir haben heute hinten links unseren Stand. Wer uns näher kennenlernen möchte, kann gerne da hinkommen. Wir haben noch ein Kennenlern-Quiz. Ja, so viel zu uns eigentlich. Sehr schön. Toll. Klingt super. Sport immer gut. Und freut mich, dass ihr hier seid und euch gepräsentiert und euer Angebot mal hier für das Publikum bereitstellt. Dankeschön fürs Dasein. Dankeschön.